Die neue Bundesliga-Saison 24-25 steht in den Startlöchern und passend dazu gibt es natürlich wieder meine Prognose, welches Team ich am Ende auf welchem Tabellenplatz sehe und ich würde sagen, wir verlieren gar keine Zeit und starten direkt wie gewohnt von unten nach oben. Und letzter auf Platz 18 wird bei mir dann direkt ein Aufsteiger mit Holstein Kiel. Hier findet man eine eingespielte Einheit vor, die aber die Abgänge von Kapitän Sander und Leihspieler Rote verkraften muss. Sie agieren meist aus einer kompakten Grundordnung und versuchen den Gegner überfallartig mit Bällen hinter die Kette zu bezwingen. Dafür fehlt mir aber die nötige Qualität, um das in der ersten Liga so durchführen zu können, wie sie es noch in der zweiten Liga getan haben. Alle Neuzugänge haben sich noch nie auf Bundesliga-Niveau bewiesen und so sehe ich Kiel auf dem letzten Platz, auch wenn sie keineswegs so chancenlos wie Darmstadt in der vergangenen Saison sein werden. Und der zweite direkte Absteiger ist bei mir tatsächlich Borussia Mönchengladbach. Schon letztes Jahr habe ich mich von den guten Transfers und der guten Vorbereitung von Gladbach täuschen lassen und sie deutlich zu hoch getippt. Dieses Mal lasse ich das nicht mehr mit mir machen, auch wenn mich die Transfers von Kleindienst, Sander und vor allem Stöger natürlich überzeugen. In dem Verein läuft in den letzten Jahren leider einfach nichts zusammen und man hat keine klare inhaltliche Identität. Dadurch performen die Spieler auch unter ihrem Leistungsniveau. Andererseits fehlt jetzt ordentlich Erfahrung im Kader bzw. wichtige Führungsspieler neben dem Platz mit Hermann, Janschke und Gramer. Wahrscheinlich werden sie wieder eins der standardstärksten Teams der Liga mit Stöger bzw. Honorar und Kleindienst als Abnehmer, was dann aber die Schwäche aus dem Spiel heraus kaschiert. Ein Abstieg ist natürlich schon ein Hot Take, aber nach dem schleichenden Zerfall in den letzten Jahren wäre es die folgerichtige Entwicklung, wenn die Konkurrenz genug Punkte holt. Und ich glaube, ich bleibe relativ kontrovers mit meinem Team auf Relegationsplatz 16, nämlich der TSG Hoffenheim. Das spielt wahrscheinlich wieder eine gewisse Antipathie mit rein, denn auch letztes Jahr habe ich sie sehr tief getippt, obwohl sie sich am Ende relativ überraschend für die Europa League qualifiziert haben. Außer der reinen Kaderqualität, die schon ins Mittelfeld gehört, sprechen einige Gründe für meinen Tipp. Einerseits die Unruhe, die derzeit um diesen Verein herrscht, bei dem das eigentlich gar nicht möglich scheint. Auch der Trainer Matarazzo ist nicht völlig unangefochten. Die Klubführung wird gerade ausgetauscht. Ich weiß nicht mal, wer da gerade überhaupt die Transfers macht. Gut, viele waren es auch nicht, denn wenn man die sportlichen Aspekte betrachtet, so hat man den starken Doppelsturm aus Wechost und Bayer verloren. Dafür wurde nur Loschek geholt und Brass für die linke Schiene. Die Defensive ist weiterhin katastrophal aufgestellt und wird nur von Baumann teilweise noch gerettet. Das allein hätte mir schon für diesen Tipp gereicht, bis mir noch eingefallen ist, dass sie ja auch mindestens in der Hinrunde noch die Dreifachbelastung mit der Europa League zu bewältigen haben. Platz 15 belegt der 1. FC Heidenheim. Die große Frage ist hier natürlich, ob man die Conference League Quali gegen BK Hacken meistern kann oder nicht. Da mir die Arbeit dort trotz der Abgänge gut gefällt, würde ich mal davon ausgehen, was dann aber halt Dreifachbelastung bedeutet und die nationale Aufgabe des Klassenerhalts deutlich erschweren würde. Die zwei besten Spieler in Person von Kleindienst und Beste hat man für viel Geld verkauft, den Kader aber anderweitig interessant aufgestellt. Kaufmann, Conté, Nihus, Kerber, Honsack und Bräunig verstärken die Kaderbreite mit guten Spielern aus den unteren Ligen. Die absoluten Unterschiedsspieler werden meiner Ansicht nach Leo Schienzer und Paul Warnert, die ihnen mit Ball sehr viel Kreativität und Spielstärke bescheren, wodurch man sich im Abstiegskampf neben den gewohnten Tugenden unter Schmidt knapp durchsetzen wird. Einen Platz höher sehe ich dann den VfL Bochum. Mit Kevin Stöger ging einem der absolute Unterschiedsspieler und jegliche Kreativität verloren. Außerdem sind Osterhage und Asano nach dem gerade so erreichten Klassenerhalt im Vorjahr weg, nach welchem man sich auch auf der Trainerposition neu aufgestellt hat mit Peter Zeidler. Bei ihm habe ich ehrlich gesagt trotz des Ausscheidens im DFB-Pokal ein gutes Gefühl, auch wenn mir der Kader nicht hundertprozentig gefällt. Sissoko, De Witt, Boadu, Medic machen Sinn, man limitiert sich aber so ein bisschen auf eine Umschaltlastige und gegen den Ball orientierte Spielweise. Für den Klassenerhalt sollte das aber reichen, wenn immer mal wieder Siege vom Laster fallen. Auf Platz 13 folgt Union Berlin. Union finde ich extrem schwer einzuschätzen. Ich sehe sie schon klar im Mittelfeld, weder auf einem europäischen Platz noch auf einem Abstiegsplatz, kann mir dazwischen aber eigentlich alles vorstellen. Mit Bo Svensson macht man jetzt eine Art Neustart. Kadertechnisch gab es wie jedes Jahr viele Änderungen, aber es gibt auch noch starke Überreste aus der Champions League Saison, was die individuelle Qualität angeht. Teilweise vielleicht sogar zu spielstarke Spieler mit Benesch, was so eigentlich gar nicht in die Spielweise von Svensson passt, dessen Art von Fußball und auch die generelle Art von Union, die zwar gut zusammenpassen, aber vielleicht etwas überholt ist. Dennoch werden so immer mal wieder Punkte vom Laster fallen und gerade zu Hause wird man genug punkten, um eine zumindest leicht bessere Saison ohne die ganz großen Abstiegsäugen zu spielen. Kommen wir zu Platz 12 und ja, es fehlt noch ein Aufsteiger mit dem FC St. Pauli. Viele sehen sie ohne Hürzel als absoluten Abstiegskandidat, ich persönlich bin da deutlich positiver gestimmt. Bis auf den besten Spieler mit Hartl konnte man den Meisterkader zusammenhalten. Plessin halte ich für eine spannende Lösung auf der Trainerbank. Ihm wird ja jetzt schon häufiger vorgeworfen, ein reiner RB-Trainer zu sein, der Anti-Fußball spielen lässt. Allerdings war das meiner Ansicht nach in der Vorbereitung überhaupt nicht der Fall, denn ich habe in mehrere Testspiele von Pauli reingeschaut und das sah gerade spielerisch schon sehr stark aus. Man muss also keinen kompletten Umbruch in der Identität bewältigen, wenn dann nur leicht in eine nicht ganz so riskante Richtung, was aber besser zur ersten Liga passt. Das zeigt sich auch in der Systemänderung gegen den Ball vom 5-2-3 auf ein 5-3-2. Leihspieler Wagner wird da sehr wichtig als einer der Achter und auch Neuzugang Gilavogi könnte im Doppelsturm nochmal für mehr Gefahr sorgen. Ich sehe sie daher im sicheren Mittelfeld als die wohl größte Überraschung der Liga. Auf der Elf folgt der FC Augsburg. Der FCA muss vor allen Dingen den Abgang von Kapitän und Leistungsträger Demirovic verkraften. Die Neuzugänge gefallen mir aber. Für Hinten hast du Schlotterbeck und Wolf geholt, Jakic festverpflichtet und offensiv Essendek, Kabadayi und Meunier verpflichtet. Meunier zum Beispiel war Stammspieler bei Stadpress, die sich für die Champions League qualifiziert haben. Zwar hat er nicht viele Scorer vorzuweisen, aber er bindet allein durch seine Präsenz immer wieder Gegenspieler und öffnet somit Räume für die Mitspieler. Torob hat eine klare Spielidee, an der man festhält und die Mannschaft in einem ähnlichen Tabellenbereich wie im Vorjahr etablieren wird. Knapp davor sehe ich Werder Bremen. Auch Bremen sehe ich auf einem ähnlichen Niveau, da sich der Kader auch kaum verändert hat. Voltemade ist weg, dafür hat man Krüll und Top für die Offensive hinzugeholt. Ole Werner wird auf seinem Spielsystem aufbauen können und die Mannschaft wie auch sich als Trainer weiterentwickeln. Am Ende wird dabei ein Platz im Mittelfeld rausspringen, vielleicht eher mit Blick nach Europa als nach unten. Auf Platz 9 habe ich dann den VfL Wolfsburg. Kann Hasenhüttl seinen Punkteschnitt aufrechterhalten, qualifiziert man sich für Europa. Allerdings waren in seinen wenigen Spielen durchaus auch glückliche Siege dabei und die Defensive wirkte auch in der Vorbereitung jetzt nicht so wirklich gefestigt, weshalb ich sie trotz den guten Neuverpflichtungen um Grabara, Kuliarakis und Amura nicht so weit oben sehe. Häufig fehlt Wolfsburg vielleicht auch so ein bisschen die Motivation im Kampf um Europa, weil die Spieler einfach zufrieden mit ihrem Gehalt sind und nicht alles aus sich rausholen. Vielleicht liege ich falsch, aber wir werden es sehen. Dann folgt auf der 8 der FSV Mainz 05. Die große Frage ist hier, ob man diesen emotionalen Effekt von Henriksen aufrechterhalten kann oder ob sich dieser abnutzt. Ich denke, man wird zumindest diese Saison erstmal weiter auf ähnlichen Niveau punkten und damit zumindest um Europa mitspielen und wenn dann erst gegen Ende der Saison ein wenig einbrechen. Kadertechnisch merzen natürlich die Abgänge von Kruda, Vandenberg und Barrero, welche man mit Sano und Sieb zumindest von den Spielerprofilen ganz gut ersetzt hat. Es fehlt vielleicht noch ein Innenverteidiger, aber im Großen und Ganzen sehe ich Mainz gut aufgestellt für die kommende Saison. Auf Platz 7, der im Normalfall für Europa reichen sollte, kommt bei mir dann der SC Freiburg. Lange hat man mit Streich mehr aus dem Kader herausgeholt, als drin war. Jetzt könnte es vielleicht mal andersrum laufen. Denn mit Schuster hat man einen Trainer-Novizen, der inhaltlich zwar vieles beibehalten hat, aber auch einige Aspekte verändert hat. Mit Ball spielt man deutlich variabler, die größte Umstellung ist aber die Herangehensweise gegen den Ball. Denn da spielt man ein hohes, aktives Pressing, welches sich teilweise auszahlt, häufig aber auch noch große Lücken offenbart. Mit einem fitten Ginter und Lienhardt kann man das aber vielleicht kaschieren. Denn im Vorjahr hatte man starke Verletzungsprobleme, jetzt sind fast alle fit, es sind keine wichtigen Spieler gegangen, man konnte sich mit Dingchi, Osterhage und einigen Nachwuchstalenten wie Ogbus verstärken. Für mich ist das der siebtbeste Kader der Liga und ich traue ihnen zu, das jetzt mal wieder ohne Dreifachbelastung zu erreichen, wenn alles ineinander greift. Auf Platz 6 sehe ich wie im Vorjahr Eintracht Frankfurt. Nachdem ich sie letztes Jahr mit Platz 10 eigentlich den Leistungen entsprechend eingeordnet habe, aber die Konkurrenz halt auch extrem schwach war, spielen sie erneut europäisch in der Europa League. Das ist kein Problem, das sind sie mittlerweile gewohnt. Der Kader wurde von Grösche wie gewohnt mit vielen guten und talentierten Spielern wie Lich Tess, Usun und Heulund verstärkt, die man auch wieder gewinnbringend verkaufen wird in der Zukunft. Dennoch ist der Kader von den Profilen nicht ideal zusammengestellt. Topmöller möchte Ballbesitzfußball spielen, der Kader ist dabei aber für viel direkteren Fußball ausgerichtet, das sieht man gerade an den Profilen der Außenverteidiger mitten Kunku oder Christensen. Selbst grundsätzlich werde ich aber nicht ganz warm mit dem Topmöller-Fußball. Das mag in der Idee ganz gut sein, wird aber zu selten gut umgesetzt, dass die Offensivspieler das Zentrum dynamisch auffüllen, welches dann häufig viel zu verwaist ist, weshalb man relativ wenig gefährlichen Ballbesitz hat. Gerade die Offensive, aber auch der ganze Kader ist qualitativ trotzdem gut genug besetzt, um sich wie im Vorjahr für die Europa League zu qualifizieren, sofern es kein Überraschungsteam gibt. Kommen wir zur Top 5, die aus den gleichen Teams wie im Vorjahr besteht, beziehungsweise die komplette Top 6. Frankfurt war ja auch im Vorjahr 6 da, aber ich sehe da die Top 5 schon nochmal enger beisammen, wie jetzt Frankfurt, dass die da hineinpreschen könnten. Aber gut, Fünfter wird bei mir der VfB Stuttgart. Der VfB ist diese Saison etwas schwierig zu handhaben. Können sie einerseits ihren Spielstil so durchziehen wie vergangene Saison, oder werden sie so langsam entschlüsselt wie zum Beispiel Brighton letzte Saison mit Dezerbi? Und wie wird sich andererseits die Dreifachbelastung mit den vielen Champions-League-Spielen auf sie auswirken? Ich denke, man kann beides bewältigen und ziemlich nahtlos an die Vorsaison anknüpfen. Die Verluste von Anton, Gerasi und Ito schmerzen natürlich, allerdings geht es beim VfB eher um das System, in dem auch schwächere Spieler funktionieren, wie um die reine Spielerqualität, die natürlich schon ein bisschen abgenommen hat. Was einem gelungen ist, ist die Kaderbreite sinnvoll zu verstärken. Und den Qualitätsverlust sehe ich nicht so dramatisch, da bei Hoeneß die Spieler einfach ins System passen müssen, die Abläufe verinnerlichen müssen und die Qualität zweitrangig ist. Bis auf Keitel und gewissermaßen El Bilal Touré traue ich das allen Neuzugängen, um Demirovic, Chabot, Voltemade und so weiter definitiv zu. Durch die ungewohnte Dreifachbelastung sage ich jetzt mal nur Platz 5, womit man aber wahrscheinlich definitiv zufrieden wäre. In den sicheren Champions-League-Plätzen auf Platz 4 sehe ich Borussia Dortmund. Beim BVB gab es einen großen Wandel, einerseits auf der Trainerbank mit Nuri Sahin anstelle von Edin Terzic und andererseits bei den Spielern, wobei passend zwar deutlich proaktiver zu erwartenden Spielweise, einige Spieler mit Stärken im eigenen Ballbesitz geholt wurden. Bayer, Groß und Kauto machen Sinn. Bei Anton und Gerasi habe ich so ein bisschen Bedenken, dass sie beim VfB nur aufgrund des Systems so gut performt haben, wobei man beim BVB ja wohl einen ähnlich attraktiven Fußball jetzt spielen lassen möchte. Insgesamt muss sich alles noch finden und manche Baustellen sind weiterhin noch nicht behoben. So hindert zum Beispiel Kapitän Emre Can das Spiel weiterhin in seiner Progressivität. Daher wird man die Champions-League-Plätze wohl erreichen, viel mehr aber auch nicht, zumal Sahin auch erstmal seine ersten Erfahrungen auf dem Niveau sammeln muss. Auf Platz 3 RB Leipzig. Im Gegensatz zum Vorjahr hat man dieses Mal wenig Veränderung am Kader. Mit Olmo ging nur ein wichtiger Spieler, die einzige Sofortverstärkung ist Nusa. Insgesamt kann man somit also auf eine gewisse Konstanz setzen. Rose ist ja mittlerweile auch schon länger da und genau das setzt sie für mich halt leider nochmal ein bisschen über den BVB. Viel mehr will ich hier aber auch nicht sagen. Und jetzt ist natürlich so die größte Frage wahrscheinlich bei den meisten Prognosen. Wer wird Meister? Entweder Bayern oder Leverkusen. Und bei mir, wir machen es der Reihe nach, auf Platz 2 der FC Bayern München. Ich hatte sie in meinem Kopf lange auf 1. Letztendlich habe ich mich doch nur für Platz 2 entschieden. Was ja aber immerhin eine Verbesserung zur letzten Saison wäre, auch wenn bei Bayern wohl niemand damit zufrieden wäre. Das ist aber auch ein Aspekt, der für sie spricht, denn sie sollten eigentlich wieder hungriger auf den Titel sein, haben sich dazu auch neu aufgestellt. Kompany muss sich erst noch beweisen, aber er steht für eine klare, proaktive Spielweise. Wofür auch die passenden Spieler geholt wurden mit Ito, Olysee und Palinja. Auch Stanisic ist zurück und sie werden auf jeden Fall deutlich mehr Spaß machen, wie noch unter Tuchel. Ich würde die Meisterschaft keinesfalls ausschließen, dennoch sehe ich den amtierenden Meister einfach erneut vor ihnen. Und das ist dann natürlich selbsterklärend Bayer Leverkusen. Man hat keine Stammspieler abgegeben, auf der anderen Seite den Kader aber nochmal gut verstärkt. Alex Gafia ist für mich der beste Transfer der Liga, ist in dieser Spielmacherrolle Weltklasse gewesen in den letzten zwei Saisons bei Girona. Und mit Belusia und Terrier ist man in der Kaderbreite nochmal besser aufgestellt, um auch in der Champions League neben den nationalen Wettbewerben zu bestehen. Natürlich wird man nicht nochmal eine ungeschlagene Saison spielen, trotzdem ist das einfach eine sehr starke Spielanlage, man hat kaum Verletzungen und ist so fit, dass man immer wieder spät zurückschlagen kann, wenn man denn mal hinten liegt. Daher führt für mich kein Weg an Leverkusen als erneutem Meister vorbei, auch wenn es wahrscheinlich und hoffentlich deutlich knapper als im Vorjahr wird. Das soweit meine Prognose für die neue Bundesliga-Saison und wie die Tabelle meiner Ansicht nach aussehen wird. Ich habe tatsächlich ein relativ gutes Gefühl und bin eigentlich mit allen Platzierungen so zufrieden, weil oft hat man es ja, dass man mehrere Teams auf einem Platz oder in einem ähnlichen Tabellenbereich sieht und jetzt relativ wenig zum Beispiel als Absteiger. In dem Fall ist es mir eigentlich relativ leicht gefallen, außer so bei Wolfsburg bis St. Pauli, da war es für mich so am engsten. Natürlich, wenn man meine Absteiger betrachtet, beziehungsweise die letzten drei Plätze, ist da schon der ein oder andere Hot Take dabei. Aber gut, wir werden es sehen, wie es endet. Wahrscheinlich liege ich wieder komplett daneben, aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Mich würde jetzt noch vor allem eure Prognose der Tabelle interessieren. Welches Team seht ihr auf welchem Platz? Schreibt mir gerne mal alle 18 Teams unten rein. Ansonsten lasst mir gerne ein Like oder Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao! Vielen Dank!